Das ist Marie. Wir haben ein ganz besonderes Buch speziell für Marie erstellt. Es erzählt die Geschichte eines kleinen Mädchens, das aufwacht und feststellt, ihr Name ist weg. So startet sie eine magische Abenteuerreise, um ihn wiederzufinden. Sie trifft eine ziemlich eitle Meerjungfrau, die ihr den ersten Buchstaben ihres Namens gibt. Schließlich einen kühnen Adler. Einen beschäftigten Ritter, einen verwirrten Igel und einen vergesslichen Elefanten. Jedes Wesen gibt Marie den ersten Buchstaben ihres Namens. Und Simsalabim, ihr Name taucht wieder auf. Wir können Bücher für jedes Kind erstellen, Junge oder Mädchen. Mit unterschiedlichen Charakteren, die verschiedene Buchstaben vergeben. Für jeden Namen und zeigen, dass mit Mut, Neugierde und Freude alles möglich ist, sogar einen verlorenen Namen zu finden.